So, meine lieben Freunde, heute gibt es etwas ganz, ganz cooles, besonderes. Erstmal, hi Roman, was geht ab? Wir sind hier heute auf dem Mixelpixel-Server und, Freunde, wahrscheinlich kennt der ein oder andere diesen... Wo bist du denn? Wahrscheinlich kennt der ein oder andere den Server schon von meinem kleinen grünen Freund hier. Und Leute, wir haben hier auf jeden Fall heute die Erlaubnis bekommen, ein kleines bisschen die Spieler zu ärgern. Und dabei haben wir natürlich hier unseren Regenbogen-Kumpel. Okay, oh mein Gott, das ist so. Das sieht so bescheuert aus. Aber es ist trotzdem voll nice. Das habe ich noch nie gesehen irgendwo, ne? Wie cool aus. Was gibt es noch? Warte mal, kann ich auch mal gucken? Es gibt den... Ah, es gibt auch Regen. Guck mal, ich habe eine Regenwolke über mir. Das ist das Ding, wenn du nicht deinen Teller aufgegessen hast, dann ist es schlechtes Wetter. Oder es ist die, die Gonzales. Wo finde ich das denn? Irgendwie habe ich gerade gar nichts in meiner Bar unten. Schrägstrich Partikel musst du eingeben. Ah, okay, Slash. Schrägstrich Partikel. Particles. Okay, schaue ich mal rein. Was gibt es denn hier? Partikel, Wütend, DNA, Regen. Oh, Speedy Gonzales? Was ist das denn? Speedy Gonzales ist, dass du dann so schnell rennst. Ah, warte, ich bin im Dings noch. So. Guck, ich bin ein Engel. Nein, du bist kein Engel. Ich finde das mit der Regenwolke irgendwie am witzigsten so. Das ist mega, gell. Das ist richtig cool. Warte. Was für ein trauriger Tag, um lebendig zu sein. Ich habe meinen Teller gestern nicht. Okay, genug Quatsch. Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal direkt durch, weil ich weiß nämlich ganz genau, warum ihr hier seid, weil ihr nämlich sehen wollt, wie wir heute dienen. Okay, alles klar. Die Leute trollen werden. Yeah. So. Wir haben, oh, ich heiß immer, ah ne, ich heiß nicht mehr Lars oder so. Ich heiß nicht mehr, ich heiß nicht mehr diesen. Ich hieß nämlich vorher, in der Runde von Roman hieß ich wie? Tchuga, buga. Tchugade, bugade. Tchugade, bugade. Äh, Vanish bin ich? Okay. Dann gehe ich mal hier auf City Build. Wir gucken mal. Lass mal nach Berlin gehen. Lass mal nach Berlin gehen. Willst du Berlin? Berlin City. Ja, Berlin sind die meisten Spieler. Berlin City. Okay, kann man hier sich zu irgendwem... Oh lol, ich hab noch diesen Diamanten von dem, von dem Typen von der Runde vor. Alter, ich hab immer noch den Dier. Der hat uns aber nicht geglaubt, gell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, warte mal, kann ich hier, ähm, Game, Game Mode 1, ne? Okay, perfekt, Game Mode 1. So, und jetzt gucken wir mal. Boah, es sind sau viele Leute online. Mega nice. Mega nice. Mega nice. Okay, dann lass mal gucken. Hier ist Meta Boy, der war nämlich eben am Spawn schon. Guck am besten, wer in den Chat schreibt und lass dort dann hin teleportieren. Okay, okay, dann lass mal kurz schauen. So, wir haben hier... Du musst nur 5000 geben. Ich glaube, der... Ja, genau, ja. Der ist, glaube ich, gerade am... Ja, die handeln gerade, die handeln gerade. Warte, La Crystal, La Crystal, Bam. Okay, ich bin da. Guck mal, die handeln gerade. Kann man Tag machen? Kannst du mal Tag machen? Was? Tag machen? Kannst du Tag machen? Du kannst dir Night Vision, glaube ich, mal. Aber warte, ich kann auch Time Set 600 machen. Achso, nee, warte mal. Time 600. Ist auch egal, wenn es nicht funktioniert. Oh, ja, doch, es hat funktioniert. Okay, klar. Gut, Tag, 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 Tag. Okay, die handeln jetzt gerade. Aber, was kann man hier am besten machen, dass die so... Dass die dann Dings... Also, pass auf, die handeln, glaube ich, gerade? Ich kann mich mal hier hinstellen. Und wenn er dann ein Item wirft... Ja, genau, wenn er das Item wirft. So. Alter, was hat die eigentlich für ein Haus? Oder... Das sieht aus wie so ein Gefängnis. Hast du es geklaut? Nein, 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 es kommt noch nicht, es kommt noch nicht. Oder wollen wir das so machen, dass du auch einfach so ein Spieler bist, der... Der einfach so... Ja, genau, kannst du mal gucken, ob es irgendwie so einen dummen Skin gibt oder sowas als Spieler. Jugga Booga? Nein, 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 noch dümmer, noch dümmer. Jugga Booga ist schon witzig, so. Okay, Nick. Guck mal, derp oder sowas, weißt du, so ein Derp-Face, dass du so richtig dumm aussiehst. Fischboy. Fischboy. Aber Fischboy hat kein Skin, glaube ich. Warte, ich kann es nicht sehen, komm mal her. Die sind hier immer noch am Schreiben, die sind irgendwie ein bisschen langweilig. Komm mal her, ich will sehen, ob du Fischboy... Fischboy. Bin ich Fischboy? Ja, aber du bist immer noch Dings, du bist immer noch Aresul. So, warte, ich guck mal weiter. Krieg ich schon ein bisschen Obsidian. Wir können mal hier zu diesem Mario Maran gehen, oder wie der Typ heißt. Tipee. Ma, ma, Mario Maran. So. Oh, oh, oh mein Gott. Was, was ist das? Der ist hier im Dings. Der ist eben in der Farbe halt, gell? Oh, das ist immer richtig nice. Warte mal, ich tu mal kurz mal einen Kontakt. Lass die mal so eine Zombie-Herde hinterherlaufen lassen. Lass mal irgendwas, nein, nein, warte, irgendwas, was so richtig nervig ist. So, ich hab jetzt hier mal Copwebs rausgeholt. Ne, Obsidian ist zu heftig, glaube ich. Warte, bleib mal hinter dem. Du kannst doch auch, du kannst doch schräg, schräg Troll eingeben. Ah, ja, stimmt. Warte, slash Troll, ne, so. Wie heißt der nochmal? Mario, Mario Maran, bam. Oh, ja, okay, jetzt hab ich hier dieses Troll-Zepter. Warte mal, ich mach mal Rechtsklick auf den. Zum Spieler teleportieren, ne. Du kannst ihn doch so fliegen lassen oder sowas. Spieler kontrollieren. Jetzt spielst du den. Oh mein Gott, was? Du spielst jetzt den Spieler, ja, ja. Du spielst den jetzt. Okay, wie komm ich hier wieder raus? Jetzt, wie du ihn spielst, äh, du musst wieder, ich glaube, Troll eingeben. Und dann wieder auf dieses Menü gehen. Und dann wieder auf Kontrollieren und dann Kontrolle aufheben oder sowas. Spieler kontrollieren. Du kontrollierst den Spieler nicht mehr, okay. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Wo ist er hin? Ich glaub, der hat ausgemacht. Ich glaub, der hat sofort ausgemacht, als das passiert ist. Der hat bestimmt gedacht, er hat einen Virus oder sowas. Oh mein Gott, ich bin fünf Meter mit dem gelaufenen. Oh mein Gott. Aber ich hätte da auch mega Angst gehabt, so. Ich wäre dann auch nicht mehr online, ich wäre dann auch nie wieder. Oh mein Gott, die Leute können uns sehen, Lars. Was? Nein, nein, das geht nicht. Wir sind im Vanish, das geht nicht. Wir schreiben, hi, Arizul und Lasi-Hasi. Hä, echt? Oh. Doch. Hallo. Okay, warte, dann lass einfach mal jetzt mal grad hier diesen Typen. Der kommt, glaub ich, nicht mehr so schnell wieder. Der kommt echt nicht so schnell wieder. Oh nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Guck mal, der hier. Guck mal, der hier, wo ich bin. Guck mal, was der macht, der ist bei so einer Mob-Farm oder sowas. Oh, verdammt, warte, zack. Hä? Der ist da unten drin in so einer Mob-Farm. Ich hab dir eine TPA geschickt, ich bin so dumm. So, warte, ich komm mal zu dir. TPA, Arizul. So, gib ihm. Guck mal, der ist in so einer Mob-Farm oder sowas. Warte, warte. Mein Gott. Okay, kann ich den? Soll ich den mal oben richtig richtig viele Mob-Farm reinmachen? Ja, genau, das soll ich nämlich auch gerade machen. Mach mal so richtig hart. Oh, herr, lol, was ist das denn für eine Mob-Farm? Äh, der, der, der farmt ja gerade die ganze Zeit. Okay, ich mach ihm jetzt mal ein paar Zombies rein, ja? Ja, ja, mach mal. Warte, ich muss mal ein bisschen leiser machen hier. Äh, Music. So. Oh mein Gott. Ich muss mal, äh, Region Settings machen. Ja. Und dann feindliche Mobs aktiviert, alles aktiviert. Okay, aber ich kann irgendwie... Okay, lass mal einfach... Oh mein Gott. Ich hab noch eine bessere Idee, warte. Ah, die Kisten sind bei dem... Alter, yo, der farmt ja richtig, ey. Spawn mal, spawn mal so richtig viel, spawn mal so richtig viel. Soll ich ihm auch ein paar Creeper? Ja, ja, genau, so richtig, mach mal so einfach alles. Einfach alles, was du hast. Und auch Pferde und sowas, weißt du? So richtig, so richtig random. Aber irgendwie kann ich nicht so viel spawnen. Warte, da komm ich auch. Aber ich versuch mein Bestes. Komm mal zu mir hoch hier und nimm mal ein Creeper-Spawn-Eck und dann spawn mal so viel, du kannst mit mir hier gemeinsam. Warte, ich brauch mal Night Vision. Alter. So. Ihr kriegt ja... Du kommst mal wie viele Creeper da jetzt kommen. Die explodieren alle. Das sind viel zu viele für den. Warte, ich will irgendwas so richtig Dummes. Ne, Phantom nicht. Nein, nein, der hat voll das krasse Schwert. Oh mein Gott, warte. Ich hab hier Schildkröten, Schildkröten. Ja, lass doch Schildkröten reinwerfen. So. Ey, die schwimmen nicht runter, die schwimmen nicht runter. Oder... Hä? Lass ihm... Oh, okay, die Schildkröten sind dumm, die fallen da nicht runter, warte. Was kann man denn machen, was so richtig nervig ist? Blazes. Lass ihm Blazes dahin suchen. Nein, Willager, Willager. Ja, dann kann er traden mit denen, ist auch nicht cool. Warte, fail mit denen. Hier, hier, ich hab hier Blazes hin platziert. Spinnen können hochfahren, können hoch... Blazes? Oh mein Gott, hier. Er brennt, er brennt, er brennt. Ey, guck mal, es regnet Fische. Lass ihm mal Silberfische da runterhauen. Oh mein Gott. Lass Silberfische. Die sind klein genug, um da durchzukommen. Die fallen wirklich, die fallen runter. Der fragt sich jetzt auch so, hä, wo kommen die? Der fragt sich jetzt wirklich, was fliegt hier ab? Yo, der steigt grad voll die Level, man. Hörst du das? Ja, Mann. Guck mal, die greifen den jetzt auch so an. Okay, warte, ich komm mal zu dir. Zack. Oh, der wird angegriffen, was ist? Jetzt mach ich seine Mobfarben-Dichtung kaputt. Oh, 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 oh. Da ist ein Block kaputt gegangen. Jetzt rächen sich die Mobs dafür, dass sie die ganze Zeit hier abgefarbt werden. Jetzt kann ich den Slash-Stroll, wie heißt er nochmal? Äh, 5. Genau, dieser Typ hier, 5. Ding ist wo es da? Genau, zack. Oh, nice. Jetzt troll ich den mal. Warte, ich will dem nur so einen dummen Hut aufsetzen. Kopfbedeckung. Warte, warte. Hier. 5 Tricks. Ich glaub, der fragt sich so richtig, Alter, was ist hier passiert? Warum? Warum passiert das? Das ist dieser Fackel, ist so dumm. Siehst du, der hat einfach eine Fackel auf dem Kopf. Pass auf, ich spawn jetzt was, okay? Ich spawn jetzt was. Wo ist er? Der ist da runtergegangen, gell? Ja, hier. Der hat einfach eine Fackel auf dem Kopf. Guck mal, was ich ihm da unten jetzt spawne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab ein Gas gehört. Hast du ein Gas gespawnt? Ich versuch hier gerade Gas gespawnt. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich hör hier die ganze Zeit dieses... Oh, ich glaub, die kommen hier nicht. Oh mein Gott. Warte. Aber man hört ihn. So. Guck mal, der hat gar keinen Bock mehr zu farmen. Der rennt weg. Der rennt weg. Warte, war das sein Grundstück hier? Guck mal, jetzt ist er auch... Ja, das ist auch sein Grundstück. Das sind beides seine. Ah, okay, okay. Das ist einmal seine Mobfarmen. Oh, Alter, der hat richtig... viel Zeug. Heftig. Warte, ich will nochmal so einen Hut aufsetzen. Das ist richtig dumm. Warte, kann man hier... Ja, setz ihm nochmal einen Hut auf. Hier setzen wir jetzt einfach so einen roten Pilz. Sein Kopf schimmelt. Ja. Voll lustig aus, so ein roter Pilz. Sein Kopf schimmelt einfach. Okay, wollen wir zum nächsten? Ja, können wir auch machen. Komm, das ist ein bisschen. Okay, let's go. Let's go. Lass nochmal zum nächsten. So, Tipee. Ich mach mal Dings. Einfach so random. So. Oh. Ja, hier ist jemand, aber der macht, glaube ich, gerade nicht so... Hey, der hat so kleine Schildkröten. Hier, der hat so eine Schildkröten. Äh, nee, das ist einer, der sich einfach nur Grundstücke ansieht. Ah, ich wollte gerade sagen. Ehrlich nicht? Kann man das... Ja. Okay. Aber hier drüben ist, glaube ich, das Grundstück. Nee, auch nicht. Hm. Doch, das ist das. Doch, das ist das Grundstück von ihr. Das ist das Grundstück. Okay, was kann man hier machen? Soll ich mich mal ausgeben als irgendein anderer Spieler? Ja, ja, genau, genau, genau. Ich werde Djukabuga sein. Djukabuga. Das ist unser Sündenbock einfach. Djukabuga. Okay. Dann versuch mal mit... Wo ist hier hin? Hä? Ist sie weg? Ist sie selber weggegangen. Warte, kann man da hinterher TPen? Warte. Ich glaube, die ist wahrscheinlich weg. Oh, die ist in der Farming-Welt. Ja, egal. Pass, 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 pass. Okay, ich komme zu dir mit. Komm zu mir. Komm, Farm-Welt. Okay, ich bin bei dir. So, und jetzt? Jetzt mal den Djukabuga. So, okay, lass mal überlegen. Oh, Leute, hier sind mega viele Hühner. So, jetzt läuft der mal... Kann man... Ist hier PvP an? Warte. Gib mir dein Schwert. Sofort. Djukabuga ist so richtig... So richtig unfreundlich. Dons. Djukabuga ist so... Gib mir deine Schuhe. Djukabuga ist so unfreundlich. Doch. Sonst kommt... Der Minecraft. Warte, ich kann leider nicht lesen, was ihr schreibt. Der Minecraft, weil du im Troll-Modus bist. Ah, okay. Warte, dann mache ich mal Slash Troll aus. Du musst den, den du davor getrollt hast, wieder auswählen. Dann wird dein Trolles geleert. Okay, warte. Spieler kontrollieren, Inventar bearbeiten. Ich habe jetzt geschrieben, sonst kommt der Minecraft-Gott. Okay, warte. Wen habe ich denn davor getrollt? Den fünf Dings. Zack. Okay, wurde von der Trolle entfernt. Ich glaube jetzt... Schreib mal, schreib mal was. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehe. Okay. Aschaya. Okay, ich bin hinter dir. Ja, jetzt kann ich alles lesen. Ich kann alles lesen. Warte. Nein, Vision. Willst du Fische? Wo ist sie hingelaufen? Die ist hier unten irgendwo. Nee, hier. Hä? Slash TPA. Guck mal, hier unten ist sie. Guck mal, ich verfolge sie. Verfolge sie. Aschaya. So. Ja, ja, bleib einfach so richtig penetrant hinter ihr die ganze Zeit. Warte. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Guck mal, die hat hier ihr Lager. Junge. Hey, Juga-Boge. Junge, der läuft einfach nur dir hinterher, dieser Creeper. Der läuft nur hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ein Gast. Oh mein Gott, sie ist weg. Oh mein Gott, die hat sich weg teleportiert. Wollte ich sagen. Wir bleiben einfach bei. Oh mein Gott, sie ist nach Hause gegangen. Kommst du hier nach Hause? Ich kommst du hier nach Hause. Schreib jetzt irgendwas. Saki, Saki, sie soll dir... Guck mal, guck mal, guck mal, wie sie sich an die Wand stellt. Hallo Aschaya. Saki, sie soll dir Leder geben. Die hat Leder in ihrem Dings in ihrer Kiste. Gib mir dein Leder. Gib mir dein Schwert, Aschaya. Sofort. Sonst kommt der Minecraft-Gott. Schreib das, sonst kommt der Minecraft-Gott oder sowas. Guck mal, guck mal, sie greift mich an. Oh oh. Sonst, sonst kommt der Minecraft-Gott. Region Settings. Leder und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Minecraft-Gott. Okay, ich glaub, ich glaub, die hat keinen Bock. Ich glaub, die hat einfach keinen Bock. Die hat, die musst du mir aber ihr Schwert geben. Also, MSG, Aschaya. Warum machst du das, fragt sie. Warum? Dein Schwert. Gib es mir. Gib mir einfach nur dein Schwert. Komm schon. Kann ich mich eigentlich auch Sugarbooger nennen? Aber die will mir einfach nicht ihr Schwert geben. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Warte. Ich schreib ihr eine private Nachricht. Ich werde sonst dein Haus zerstören. Warte, ich schieb die mal hier in die Cobwebs. Die will mir einfach nicht ihr Dings geben. Ihr Schwert. Ja, ja. Gib mir dein Schwert. Glaubst du, sie wird mir das Schwert geben? Keine Ahnung. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Dann gib mir dein Schwert. Gib mir dein Schwert. Mann, gib mir jetzt das Schwert her. Gib mir jetzt dein Schwert. Kann ich nicht mit Slash Troll... Kann ich nicht mit Slash Troll ihr das Schwert einfach sozusagen... enthändigen? Ja, kannst du. Du kannst in ihr Inventar reingehen. Okay, warte. Aber ich werde dir mein Schwert nicht geben. Die will mir einfach... Okay. Warte, Inventar bearbeiten. Die hat das nicht da drinnen. Die hat das da nicht drinnen. Ach so. Warte, oder? Dann gehe ich mal die Spieler kontrollieren. Okay, ich bin jetzt drinnen. Aber ich kann hier nicht. Warte. So. Da ist es. Ich habe es gefunden. Das ist die eiserne Klinge. So, warte, warte. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Die eiserne Klinge. Ich bin jetzt noch in ihr drinnen so. Und jetzt, warte. Jetzt gehe ich hier hin. Du hast das einfach... Ich habe es schon. Ich habe es schon. Wie böse. Danke dir. Die sieht jetzt einfach... Warte, ich gehe jetzt mal raus. Wie kann ich hier wieder raus? Mit Slash Troll, ne? Slash Troll. Und dann... Und dann... Äh... Shaya HD. Zack. Okay. Bin ich jetzt draußen? Ich glaube, die schreibt gerade was. Hier. Ich gebe ihr Schwert wieder zu. Nein, warte. Das bin ich gerade. Ja. Du bist... Ja, ja. Ich bin es gerade. Aber ich bin jetzt, glaube ich, nicht mehr im Troll. So, jetzt bin ich wieder im Troll. Aber du kontrollierst sie gerade. Ich will wieder kontrollieren. Jetzt hat sie sich ausgelockt. Okay. Jetzt ist sie, glaube ich, weg. Ja, jetzt ist sie weg. Ja, jetzt ist sie weg. Oh mein Gott. Was ist jetzt mit dem Schwert? Was ist... Junge. Ich lege ihr Schwert wieder rein, was sie gehört. Okay, wir klauen sie. Sophie ist ja einfach gezwungen, dass sie zuguckt, wie du das Schwert nimmst und sagst. Ich habe jetzt dein Schwert. Ich habe jetzt dein Schwert. Okay, ich glaube, wir machen jetzt hier Ende. Können wir nicht mal die ganzen Monster hier wieder weg machen? Ja, machen wir jetzt alle weg. Wir schlagen jetzt alle kaputt, damit sie weiterspielen können. Leute, falls ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen hier auf dem Server, würde ich sagen, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Checkt das Ganze hier auch aus oder sowas. Mit ein bisschen Glück werdet ihr auch eventuell mal getrollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und viel zu Ende bei einem weiteren Video. Halt rein, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020